Mäh! Mäh, ich bin doppelt geimpft! Mäh! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Attila Hildmann bezeichnet die Geimpften oder Doppelt Geimpften als Schafe und macht ganz viele Mähgeräusche. Wir schauen mal in das ganze Video. Gespritzt! Mäh! Mäh! Mäh, ich bin doppelt geimpft! Mäh! Man kann doch gar nicht das Wetter manipulieren! Mäh! Mäh! Warum sollten denn parallel überall die Internetseiten ausfallen? Mäh! Mäh! Es gibt doch wirklich das Coronavirus! Mäh! 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 Ich will Freiheiten, deswegen habe ich mich impfen lassen! Mäh! Mäh! Ich bin ein Impflingschaff! Mäh! Ja, wirklich ein verrücktes Video, egal wie man dazu steht. Das könnt ihr ja grundsätzlich sowieso jetzt mal unten in die Kommentare schreiben. Wie steht ihr natürlich zum Thema Impfung und wie steht ihr zum Thema Attila Hildmann? Findet ihr, er hat recht? Findet ihr, er hat einen Punkt? Oder gibt ihr ihm vielleicht sogar inhaltlich recht, aber sagt, wie er es rüberbringt, ist ja nicht so hilfreich, um seine Argumentation rüberzubringen. Denn das ist, wie gesagt, vielleicht ein springender Punkt. Oder sagt ihr, seine Meinung und sein Verhalten geht gar nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr darüber haltet. Auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames und viral gegangenes Video, was er dort gepostet hat und mal wieder für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt hat rund um die Personalie Attila Hildmann. Sehr interessant. Wie gesagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare und ja, was haltet ihr vom, sage ich mal, Impfzwang durch die Hintertür, wie es einige bezeichnen. Findet ihr das gut? Bringt uns das voran? Oder ist das nicht so gut für Deutschland? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.